Willkommen in der Sentinel Bay zum siebten und letzten Teil meiner Review-Serie zu Toy World's Constructor alias Third-Party-Masterpiece-Devastator und heute bringen wir all die Puzzleteile endlich zusammen. Bevor wir jetzt anfangen, alle in ihre Combiner-Modi zu bringen, wollen wir doch nochmal das Team genießen, das haben wir ja bisher noch gar nicht gemacht. Und bei allen Kritikpunkten, die ich gerade an den Roboter-Modi in vielen oder den einzelnen Reviews hatte, an vielen Stellen, als Team, und das ist so ein Transformers-Phänomen, was fast immer funktioniert, als Team sehen sie großartig aus. Vielleicht war so ein bisschen die Marke der einzelnen Figuren im grünen Mischmasch untergehen, das mag durchaus sein, aber es ist definitiv immer cool, wenn man so ein Team zusammenbekommt und die Toy World Constructicons sind da überhaupt keine Ausnahme. Das sieht zusammen nahezu perfekt aus. Und auch wenn man es im Eingangsbild schon mal gesehen hat, hier haben wir auch nochmal das ganze Team im Fahrzeug-Modus. Was Sinn macht, denn der Combiner-Modus basiert erstmal auf den Fahrzeugen, aber ich wollte es euch nochmal als Gruppe zeigen, denn das finde ich fast noch besser als die Roboter zusammen. Ich finde die Constructicons in ihren Baustellen-Fahrzeug-Modi, wenn man diese als Gruppe hat, das hat etwas Bedrohliches, finde ich. Gerade hier der große, wie so eine Kralle hier, der Schaufel-Bagger von Scavenger und hier diese riesen Schaufel von Scrapper und dann ist es einfach ein geiles Team. Ein geiles Team und im Fahrzeug-Modus finde ich es nochmal cooler. So, und dann würde ich sagen, Constructicons, Merch for the Kill. Wir nehmen uns erstmal Bordoser, öffnen hier das Seitenteil wieder und legen das hier entsprechend erstmal an die Ketten an. Lösen hier hinten den ganzen Kettenteil und klappen das runter. Das ist quasi genau wie bei der ursprünglichen Transformation Richtung Roboter. Jetzt gehen wir wieder an den Combiner-Bord, klappen jetzt aber nicht nur den einzelnen Teil vorne, sondern den gesamten Port 90 Grad ab. Und dann nehmen wir unseren Combiner-Arm, das ist der mit dem T-Stück. Und jetzt habt ihr hier so zwei Pins und da ist das Gegenstück, da müssen die quasi rein und dieses T muss hier hinter den Steckplätzen liegen. Das ist ein bisschen würgen und fummeln, weil sich aufgrund dieser Kettenkonstruktion hier bewegt sich sehr, sehr viel. Es muss aber richtig drinnen sitzen, dass also hier ein Abstand entsteht, damit das am Ende sich wieder verbinden kann mit dem oberen Teil von dem Bulldozer. Jetzt klappt man nämlich das alles hier wieder runter. Und ihr seht jetzt, hier sind diese Aussparungen, da legt sich das T rein. Die Klappe hier müsst ihr vorher noch öffnen, das habe ich vergessen. Und dann gucken, dass hier nichts komplett schief gerät. Und dann drückt ihr das Ganze wieder in die alte Arretierung. Ein bisschen die ganze Figur wieder so ein bisschen in Ordnung bringen. Das ist, glaube ich, ganz normal, dass die so ein bisschen in Schieflage gerät. Und dann habt ihr es eigentlich schon fast geschafft. Das Einzige, was ihr jetzt noch braucht, hier sind noch so ein bisschen Schäpp. Das richten wir gleich dann alles noch aus. Ihr braucht noch eure Hand. Ist in dem Fall dann die, jetzt muss ich kurz überlegen, linke Hand. Und die drückt ihr einfach hier rein. Ihr habt hier, das klackt zweimal. Einmal. Und das ist das richtige Klick. Und dann habt ihr den ersten Arm. Bei Scavenger geht das Ganze etwas leichter. Zum ersten Mal müsst ihr auch hier den Combiner-Port rausholen. Das ist, wie schon bei der Transformation, kein Spaß. Aber es geht. Jetzt muss man auch nicht mehr ganz so vorsichtig sein. Es gibt ja nur noch die eine Richtung. Und dann habt ihr euren Combiner-Arm. Und zwar hat er hier zwei Pins. Hier zwei Pins. Die sind dafür und dafür. Und ihr habt hier unten diese Klemme. Und am einfachsten geht es, wenn ihr diese Klemme erstmal hier so einhakt. Dass das hier auf der Kante sitzt. Dann den Arm hier oben in die Schraubenlöcher drückt. Das ist tatsächlich ein bisschen mit Kraft. Zack. Dann flippt das nämlich hier rum. Und jetzt könnt ihr die Klappe hier, dann bringt ihr das Ganze in Position. Und die Klappe auf diese zwei Pins entsprechend schließen. Dann schnappt ihr euch die rechte Hand. Und dann auch hier zwei Klicks. Eins, zwei. Und fertig ist der rechte Arm. Bei Burden wird es schon ein bisschen komplizierter. Ihr nehmt erstmal die Reifen, klappt die nach unten und bringt dann den ganzen Arm nach außen. Reifen runter, Arm nach außen. Das ist noch einfach die Hüftklappe hier. Kommt an die Seite. Und jetzt trennt ihr hier die Verbindung von der Ladefläche zum Führerhaus. Mit den Füßen. Und bringt es hier auf diesem Gelenk komplett runter. Und bringt jetzt die Ladefläche hier. Das ist dieses doppelte Gelenk. nach oben. Und die Füße, quasi Füße, die klappt ihr auf diesem Gelenk entsprechend hoch. Öffnet das Dach. Bringt es hier auf dem Arm nach unten. Und das verbindet sich jetzt hier mit den Füßen und gibt so hier diese Rückwand. Und die beiden Dinger müssen nach oben zeigen. Dann drückt ihr die Vorderreifen noch aus der Arretierung an die Seite. Nicht zu weit. Ihr habt nämlich jetzt hier diese zwei Löcher auf beiden Seiten. Und ihr habt hier diese zwei Öffnungen. Die sind, ihr habt hier diese achteckigen Pins. Die kommen da in die Mitte. Und diese beiden Stangen werden links und rechts entsprechend verbunden mit den Vorderreifen. Und am besten drückt ihr erstmal die beiden Achtecke in die Position. Einfach mit Kraft einfach reindrücken. Die springen dann so über. Und dann bringt ihr die beiden Reifenteile entsprechend in Position. Das ist nicht ganz einfach, weil man es kaum noch sehen kann. Na, man drückt dann hier. Das war die eine Seite. Die ist drin. Und die andere kriegen wir auch noch hin. Jetzt passt es. Dann klappt ihr hier die Reifen noch an die Seite. Das hätten wir auch vorher machen können. Geht aber auch nachträglich noch problemlos. Gar kein Akt. Ihr könnt dann die Rumpfbeuge hier betätigen. Hinten auch nochmal checken, ob das passt. Passt in diesem Fall alles. Und dann zack zurück. Habt ihr euren unteren Torso. Für Hook wird es jetzt leider nochmal etwas komplizierter. Also mit jeder Stufe gefühlt wird es ein bisschen herausfordernder. Weil wir müssen vor allem das sein, weil wir das Ding gewesen halb auseinander bauen müssen. Wir trennen erstmal wieder Vorder- und Hinterteil vom Kran. Und ziehen das hier auf dem Arm einmal so lang. Dann lösen wir hier vorne die Haken, um die Vorderseite vom Fahrzeug noch einmal zu splitten. Das hat eigentlich nur einen einzigen Grund. Und zwar ist hier ein kleiner Pin für die Verbindung zwischen Hook und Burden. Also Hook und Long Haul natürlich. Jetzt bringe ich den Namen schon völlig durcheinander. Und den müsst ihr entsprechend einmal rausholen, das Ganze schließen und hier die Verbindung wieder herstellen. Und dann war es das am Vorderteil. Jetzt müssen wir aber hinten auch nochmal alles so ein bisschen rückgängig machen. Sprich, das alles hier rausholen. Auf der Seite genauso. Denn auch hier haben wir hier einen Pin, an den ich nicht drankomme. Vielleicht wenn ich den Kran drehe, jawohl, dann geht's. Da ist diesen Haken raus. Und auf der Innenseite, hier ist der zweite. Das heißt, jetzt klappt ihr die beiden raus. Und baut dann die ganze Aktion wieder zusammen, so wie es vorher auch war. Das heißt, das hier oben wieder einklemmen. Und den Reifenteil hier entsprechend in die Seite drücken. Geht das jetzt hier oben nicht. So. So. Das hat mich bei der Transformation schon genervt, hier dieser Teil. Deswegen schön, dass man das zweimal machen muss. Das ist doch immer wieder schön, wenn sie so All-Stars ein Mehrfach machen lassen. Dann haben wir hier diese Haken an der Seite. Die klappt ihr jetzt nach oben. Und habt hier dieses kleine Paneel an der Seite vom Kran. Da ist alles sehr, sehr fest irgendwie bei dieser ganzen Serie. Es sind auch viele Ecken, die einen so ein bisschen vorher rausziehen. Forderungen stellen, wo man doch nur mit Werkzeug weiterkommt. Das Öffnen, das Anwinkeln. Und jetzt wird das Ganze in guter alter G1-Manier einmal hier rundherum geklappt. Und zwar, dass hier diese beiden Pins sich mit diesen beiden Löchern verbinden. Ungefähr so. Und jetzt müsst ihr noch das Ganze so ausrichten, dass die Haken hier entsprechend auch greifen. Das ist ein bisschen Geduldsspiel, weil das alles nicht so schön zusammenpasst, wie man das vielleicht gerne hätte. Aber so in etwa kommt das schon hin. Man hat noch eine Sache mitgeliefert, die ich ganz nett finde, aber sie ist schlecht umgesetzt. Und zwar, um den G1 Toy Look zu haben, könnt ihr hier diese Kanone an die Seite des Kopfes stecken. Das hat nur einen Haken. Es funktioniert nicht. Aber gut, sei es drum, die Montage vom Kopf ist sehr einfach. Ihr habt hier vier Pins, ihr habt da zwei Löcher, da zwei Löcher. Und dann nehmt ihr euch euren Kopf und drückt den einfach hier drauf. Das gibt dem Ganzen nochmal so zusätzliche Stabilität. Das ist ganz cool. Und dann habt ihr noch hier die Paneele an den Seiten, die ihr hochklappt. Und dann braucht ihr definitiv einen Schraubenzieher oder irgendeine Hebelhilfe. Denn die sind hier, diese Kappen sind entsprechend hier hinten eingeklemmt, wirklich in diesen Plastikteilen hier, in diesen Grauen, wie wir das auch schon mal gesehen haben bei Burden. Das macht auch Sinn, weil da ja letztlich hier die Arme reinkommen und das muss schon eine sichere Verbindung sein. Von daher ist das okay. Okay, dieses Seitenpanel klappt ihr hier rein und auf der Seite macht ihr das genauso. Auch da wird es ohne Hebelhilfe nicht gehen. Zack, klappt es hoch, klappt es rum. Und wie gesagt, da kommen dann die Arme rein. Das machen wir aber dann, wenn wir so weit sind. Dann haben wir natürlich noch unsere Brustplatte hier, die sich hier so rausziehen lässt, hatte ich euch schon gezeigt. Da klappt ihr hier diesen schwarzen Pin 180 Grad raus. Und die wird hier vorne eingehängt in dieses Loch. Also stülpt sich da entsprechend hier so drüber. Mal kurz mal ein bisschen zielen und drücken. Und dann könnt ihr die hier unten mit diesem schwarzen Pin auf der Unterseite arretieren, dass die fest ist. Habt ihr jetzt halt noch so ein paar Möglichkeiten. Wie gesagt, ihr könnt die hier rausziehen, wenn ihr das wollt. Sieht vielleicht ein bisschen cooler aus. Ihr könnt jetzt hier den Winkel noch verstellen von dem Schild. Ich denke aber, so finde ich es am besten. Und ihr habt hier noch zwei Waffen, mit denen ihr was anfangen könnt. Und dann habt ihr euren oberen Teil vom Torso. Wir kommen der Sache näher. Jetzt fehlen uns eigentlich nur noch die Füße. Das heißt, ihr nehmt euch jetzt Schaul, aka Scrapper. Und bringt erstmal hier die Halterung 90 Grad hoch. Klappt es dann hier ein. Und jetzt habt ihr hier diese beiden Pins und hier diese Aussparung in der Schaufel. Und dann dadurch könnt ihr gut sehen, wie die Schaufel eigentlich am Ende dann stehen muss. Das habe ich ganz lange falsch gemacht, weil ich das aus der Anleitung nicht so gut entnehmen konnte. Das war nicht so richtig schön dargestellt. Aber man lernt ja dazu. Jetzt nehmt ihr noch die Arme. Die trennt ihr wieder hier unten und oben aus der Halterung. Bringt sie rum. Und jetzt habt ihr hier drinnen, da seht ihr das, wie diese grauen Klemmen. Die rutscht übrigens gar mal raus. Also wenn ihr mal so ein kleines, graues, u-förmiges Teil findet, das ist dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine dieser Klemmen. Die fixieren euch die Arme hier in dieser Position. Machen das hier nochmal raus und rum. Und auch hier bringen wir den Arm entsprechend so rein, dass das hier fixiert ist. Die klappen hier. Klappt ihr zweimal rum, dass ihr hier so eine Blende habt. Die arretieren entsprechend auch hier unten, dass es nicht so nackig aussieht. Finde ich auch nochmal ganz schön gemacht. Und dann habt ihr hier das Rad. Ich kann euch das zeigen, dass man das sieht. Das wird so ein bisschen nach vorne geschoben. So. Jetzt hier nochmal. Zack. Dass er halt nicht Rollstuhl fährt. Beziehungsweise, dass das Ganze ein bisschen besser komprimiert ist. Und dann habt ihr euren, in dem Fall rechten Fuß. Fast geschafft. Fehlt nur noch Mixmaster. Und das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ihr löst hier vorne die beiden Klappen. Aus der Verankerung. Das geht mal mehr, mal weniger leicht. Und klappt jetzt hier die beiden Platten in die Mitte. Zieht jetzt hier dieses ganze Doppelgelenksystem wieder raus. Was ich beim Roboter schon so geliebt habe. Und klappt dann hier das Führerhaus hoch. Hier sind zwei Löcher. Und da sind zwei Pins. So dass das Ganze dann auch vernünftig anliegen kann. Wenn man das richtige Gelenk aktiviert hat. Hier das alles noch so ein bisschen gerade stellen. Also dieses Doppelgelenksystem ist auch hier ein kleines Problemchen. Dann zieht ihr die Reifen hoch. Dreht sie rum. Und steckt sie rein. Das finde ich cool. Stehe ich drauf. Zack. Zack. Und wieder runter. Und dann könnt ihr die Klappen hier wieder schließen. Und das Ganze hier nach vorne auch wieder arretieren. Ein bisschen ausrichten, dass ihr hier keine Beute reinbaut. So. Und dann habt ihr den linken Fuß. Und so langsam wird es ja doch aufregend. Die Teile sind alle fertig. Jetzt bauen wir ihn nur noch zusammen. Und wir fangen an mit den Beinen. Und zwar fangen wir mit Mixmaster an. Zum einen habe ich gesehen, wie viele Raketen fehlen noch. Das ist nicht zwingend. Ich finde es vom Look halt ganz cool. Deswegen machen wir die doch gerade auch noch rein. Zack. Und zack. Und jetzt geht es um die Montage. Und zwar habt ihr ja hier. Hier sind so T-förmige Teile. Die sich entsprechend hier hinten rein schieben. Und hier vorne seht ihr jetzt dieser Haken. Äh, seht ihr nicht. Die Kamera hat diesen Haken. Der da entsprechend reinkommt. Das heißt, wir setzen das Ganze hier so ungefähr in die Teile schon mal rein. Und schieben es dann nach hinten. So. Das funktioniert bei Mixmaster ziemlich gut. Bei Scrapper wird das gleich mal ein bisschen schwieriger werden. Und dann habt ihr hier an der Seite diese Klappen. Ich zeige es mal auf der anderen Seite. Da ist kein anderes Bein im Weg. Diese hier. Die sind auf Sprungfedern. Und zwar haben die auf der Rückseite. Kann man jetzt hier nicht sehen. Sind zwei Punkte, die dann hier rein sich setzen. Um das Ganze zu fixieren. Das heißt, ihr zieht die Klappe wirklich raus, bis sie dran vorbeikommt. Und dann springen die da drüber. Ziemlich cooles System. Ich weiß nicht, wie langlebig es ist. Weil so, ne. Was passiert, wenn die Federn mal ausleiern. Aber, ähm. Erstmal ist es eine schöne zusätzliche Fixierung. Und macht das Ganze sehr, sehr sicher. Und dann haben wir Mixmaster schon mal dran. Und jetzt kommt Scrapper. Scrapper ist das Ganze etwas schwieriger. Das ist, ähm. Ihr habt auch hier diese T-förmigen Stücke. Die sind aber deutlich länger. Das heißt, viel mehr Gelegenheiten, wo Plastik auf Plastik reiben kann. Und, ähm. Das hat sich beim ersten Versuch, als ich ins erste Mal kombiniert habe, als deutlich, oder sehr schwierig rausgestellt. Mit so ein bisschen hin und her. Geht das einigermaßen. Aber es ist wirklich ein Kraftakt. Und, äh. Fühlt sich auch nicht so richtig gut an. Höchstens in dem Maße, dass es sich dann am Ende sehr sicher anfühlt. Na, aber jetzt geht das beim zweiten Mal, äh. Geht das schon deutlich besser. Ähm. Ihr seht, es ist jetzt hier noch nicht ganz drin. Ich mach das mal abseits der Kamera, weil da muss ich ein bisschen, äh. Ist vor der Kamera, kriege ich die Kraft einfach nicht drauf. Und dann machen wir es fertig. So, ihr seht, es sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Ich glaube, es ist immer noch nicht hundertprozentig drin. Aber ich schwitze. Ich hab jetzt keine Lust mehr. Also, er zieht jetzt hier auch. Dieses System ist genau das gleiche wie bei Mixmaster. Also, er zieht dieses Ding raus und drückt das Pad hier drauf. Und ihr seht, es hält. Und von daher denke ich, es ist tief genug drin. Vielleicht ginge noch so zwei, drei Millimeter mehr. Aber ich glaube, es ist nicht kriegsentscheidend. Hier ist leider auch der Abstand zwischen den Pins und der Klappe ein bisschen, ein bisschen sehr knapp. Ach, jetzt. So, rum und drauf und fertig. So, jetzt kommt der Moment, wo ich anfangen muss, im Stehen zu arbeiten. Wir haben hier einen Achteck-Pin, hier einen Achteck-Pin, da einen Achteck-Pin und hier. Der hat sich wieder reingeklappt. Also, vier Stück, zwei in der Mitte, zwei außen. Wir haben an Long Haul entsprechend hier die zwei in der Mitte und die zwei außen. Und da gilt es jetzt einfach, einfach in Anführungsstrichen, das Ganze so zusammenzudrücken, dass jeder Pin seine Position findet. Es ist nicht ganz einfach, weil hier hinten die zwei flexibel sind und die Pins natürlich auch sich teilweise bewegen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht im Bild. Ein Pin. Zwei Pins. Jetzt müssen wir uns nur noch angucken, wie wir die Pins auf der Rückseite reinbekommen. Ja, die sind nämlich verrutscht, das habe ich mir schon gedacht. Aber man kann sie so ein bisschen schieben. So, und dann ineinander drücken. Und dann geht auch das. Bleiben noch die Arme. Das ist ein ziemliches Kinderspiel und ist auch ein bisschen wie bei Combiner Wars. Ihr habt hier diese Combiner-Ports. Die sind eingekerbt links und rechts. Und die schiebt ihr einfach hier entsprechend in die Halterung rein und schließt dann hier oben, könnt ihr jetzt gar nicht mehr sehen, vor lauter Arm. So, hier diese Klappe. Und auf der anderen Seite machen wir das Ganze genauso. Den Arm hängen wir ein und schließen hier oben die Klappe. Und da haben wir ihn in seiner ganzen Größe. Und das Wort ist hier wirklich nicht übertrieben. Ich habe nur mal so zum Spaß Masterpiece Sproul und Fanstor Quake, wenn ich daneben gestellt, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß diese Sphie wirklich ist. Da wir jetzt gerade die Distanzansicht haben, machen wir entgegen meiner normalen Reihenfolge jetzt erstmal die Artikulation. Die ist nämlich ziemlich beeindruckend. Und dann gehen wir auch nochmal in die Detailansicht und schauen uns die Figur nochmal ein bisschen an. Wobei wir ja die einzelnen Komponenten vieles einfach auch schon kennen. Wir nehmen mal gerade die Figuren beiseite. Wir haben den Kopf. Der ist wie schon erwähnt, geht der leider nicht wirklich tief nach unten. Das finde ich ein Problem, weil gerade bei Combinern, wenn irgendwer nach unten gucken soll, dann Combiner oder etwa nicht. Aber die Rotation funktioniert. Das ist kein Problem. Wir haben die Schultern. Die sind hier auf diesen Combiner-Ports gerastert. Gehen nach außen. Je nachdem, wie hier die Schaufel steht. Kriegen wir noch einen mehr? Ne. Ja, doch so bis hier. Das ist schon mal ziemlich gut. Auf der anderen Seite kriegen wir die gleiche Reichweite hin. Das ist schon mal ziemlich beeindruckend. Ihr könnt den Arm auch hier auf Ratsche drehen. Ach, gar nicht so einfach. Jetzt. So. Wenn man die Beine nicht ausbalanciert, fällt er um. Das muss man ehrlicherweise sagen. Aber ihr kriegt den Arm wirklich rundherum. Und hier auf der Seite ganz genauso. Wenn man so ein bisschen rauszieht, lässt sich der Port einfacher bewegen. Klar, er hält das Gewicht dieses Arms natürlich so nicht. Außer man bringt die Beine entsprechend auch in Stellung. Jetzt will ich aber gerade mal gucken. Ach, guck mal hier. Der hat sogar ein Doppelgelenk. Es geht sogar noch ein bisschen weiter. Wie cool ist das denn? Das ist leider hier auf der Seite nicht ganz so weit, weil hier die Form der Figur so ein bisschen, des Arms ein bisschen in den Weg kommt. Aber auf jeden Fall habt ihr da sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit den Schultern was zu machen. Dann haben wir die Arme, also die Ellenbogen. Rotation funktioniert. Einfaches Gelenk bis hier hin. Wie schön sich das hier alles bewegt und so weiter. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wenn wir, jetzt sehe ich nur Stu, Doppelgelenks-Ellenbogen. Geht sogar noch ein bisschen weiter. Das gucken wir uns gleich im Detail alles nochmal ein bisschen genauer an. Wie das funktioniert und auch die Artikulation der Hände gucken wir uns später nochmal an. Der Arm funktioniert genauso. Ihr könnt die Hüfte rotieren. Ausnahmsweise hier mal kein Raster oder keine Ratsche mit drin. Die Hüfte geht so bis hier. Wenn ihr die Reifen von Longhall so ein bisschen aus dem Weg macht, geht es nochmal ein bisschen weiter. Ich denke aber, das ist ausreichend für die meisten Posen, die man braucht. Ihr habt eine, jetzt kommt es, eine Rumpfbeuge. Bis hier. Klar kippt er jetzt um, wenn ich ihn nicht entsprechend balanciere. Aber das ist schon ziemlich beeindruckend. Schöne feste Ratsche drin. Da passiert überhaupt nichts. Dann habt ihr Hüftklappen. Vorne und hinten. Die lassen sich glaube ich, ja genau, hier die lassen sich auch ein bisschen seitlich noch bewegen. Je nachdem, wo ihr sie halt haben wollt. Wir machen sie jetzt mal komplett aus dem Weg. Und dann versuchen wir mal um einem Bein die ganze Reichweite vom Bein zu zeigen. Wir nehmen mal das Scrapperbein. Wir haben sie ein bisschen nach hinten. Also. Volles Spagat nach außen. Kein Thema. Voller Tritt nach vorne. Kein Thema. Voller Tritt. Fast voller Tritt. Und nach hinten. Kein Thema. Das funktioniert alles wunderbar. Oberschenkelrotation geht. Dass sie richtig springt. Geht einmal rundherum. Das ist auch kein Problem. Es gibt noch ein ganz nettes Feature zum Balancieren. Ihr habt nämlich, wenn man das hier sieht. Hier ist ein Slider. Sodass ihr den Combiner nach vorne und nach hinten schieben könnt. Sehr, sehr praktisch. Wenn ihr mal ein bisschen nach vorne sich neigt. Oder nach hinten in bestimmten Posen. Könnt ihr ihn auf diese Art und Weise, ohne die ganze Pose zu verändern. Sehr einfach ausbalancieren. Dann haben wir die Knie. Auch hier mal drauf achten, was das Bein macht. Wir haben ein Doppelgelenksknie. Geht bis hier. Also. Überhaupt nichts zu mekeln. Da müsst ihr nur gucken. Ihr habt hier so ein. Zeige ich gleich nochmal im Detail. So ein Doppelgelenk. Was das Ganze ein bisschen hübscher macht. Müsst ihr nur gucken, dass das beim Zurückklappen. so richtig steht. Ich komme hier ans Schwitzen, Leute. Das kann ich euch gar nicht sagen. Das Ding ist schwer. Unglaublich. Dann haben wir den Fuß. Den ihr ausstellen könnt bis hier. Mixmaster entsprechend ein bisschen weniger, glaube ich. Aber ist ungefähr vergleichbar. Und ihr könnt den Fuß nach oben und unten. Könnt ihr sie nicht bewegen. Ne, das ist soweit limitiert. Aber ihr könnt die Füße beide. Ne, nur. Stimmt gar nicht. Ihr könnt Scrapper drehen. Mixmaster ist starr. Aber wie gesagt, lässt sich auch entsprechend ausstellen. Also ich finde für den Combiner dieser Größe unfassbar viele Artikulationspunkte. Was es etwas herausfordert macht, ihn tatsächlich zu posieren. Damit man alles quasi an den richtigen Ort bekommt. Aber ihr kriegt wirklich viele Posen damit hin. Und er steht fast immer stabil. Jetzt gehen wir nochmal wieder in die normale Zoom-Tiefe rein. Und gucken uns nochmal ein paar Details an. Also wir haben uns ja eigentlich die meisten Sachen schon angeguckt. Aber hier, dass man es nochmal so ein bisschen sieht, wie das Ganze zusammenarbeitet. Was mir optisch nicht ganz so gut gefällt, ist, dass er hier sehr dünn ist. Hier hätte irgendwie, ich weiß nicht, hier hätte nochmal so irgendwas Füllendes hingemusst. Das finde ich nicht ganz so schick. Man könnte das Schild auch so lassen. Ich finde halt, dass man dann die Aufnahmeports hier von der Citan sehr dünn aus. Ich finde das Schild verdeckt das ziemlich gut. Also das würde ich definitiv immer so machen. Ansonsten haben wir eigentlich alle anderen Details ja soweit schon gesehen. Wir gehen nochmal ein Stückchen weiter runter. Ich denke, die Hüfte ist nochmal erwähnenswert. Einfach von der Bemalung. Wir haben schönes Silber und Rot und Anthrazitgrau hier. Plus weiteres Silber. Ich hatte schon mal eben gezeigt, die Hüftklappen sind hier montiert. Lassen sich entsprechend hier schwenken. Das ist ja also immer so ein bisschen mit ausrichten. Könnt euch Platz schaffen. Das geht vorne wie hinten. Ihr könntet also auch hier die Seite dann wie zumachen oder so. Je nachdem, wie ihr das möchtet. Das finde ich ziemlich schön. Was hier nochmal ganz schön ist, einfach nochmal zum Zeigen. Ihr habt, wenn ihr hier am Knie, gibt es ja mehrere Gelenke, hier sind diese Hydraulikzylinder eingebaut. Optisch cool. Gefällt mir richtig gut. Das ist ein bisschen, oder es ist nicht so ganz einfach, das wieder zurückzumachen. Ich höre, das Knie ratscht jetzt gerade gar nicht. Das liegt hier an diesem erwähnten, diesem Ärmchen hier. Wenn sich da irgendwie was verschiebt, dann ratscht das nicht mehr so schön mit, wie man das eigentlich gerne möchte. Und das ist, das kriege ich wahrscheinlich jetzt gerade mal so und kann man auch nicht wieder eingerenkt, weil sonst fällt mir der Arm ab. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das alles noch vernünftig ineinander greift. Und normalerweise ist es so, dass erst das untere Knie und dann für die zweite Stufe das Ganze hier mit einrastet. Deswegen muss man beim Zurückbauen halt auch gucken, dass man auch erst das eine und dann das andere wieder aktiviert. Das ist ein bisschen tricky, aber nicht unmöglich. Wem der Vistator noch nicht ehrfurchtgebietend genug ist, der kann natürlich auch noch seine riesige Kanone hier einbauen. Die funktioniert von der Konstruktionsweise, es ist genau wie jede andere Masterpiece-Waffe. Das heißt, ihr habt hier diese beiden Pins, der wird in die Handfläche gesteckt. Und das war's. Und dann will ich euch nochmal zeigen, zum einen natürlich die Hand, weil die haben wir uns jetzt im Detail noch gar nicht angeschaut und auch nicht, was die so kann. Und die kann eine Menge. Erstmal haben wir das Handgelenk. Das könnt ihr extrem nach innen klappen, extrem nach außen. Also da habt ihr alle Möglichkeiten und rotieren könnt ihr es natürlich auch. Der Daumen sitzt hier einmal auf einem Rotationspunkt rundherum. Könnt ihr hier entsprechend bewegen und ihr habt am ersten und zweiten Gelenk ein zusätzliches Scharnier, sodass ihr da auch alles machen könnt, was euch so einfällt. Und die Finger sind einmal hier unten auf einem Scharnier, dass ihr sie also da bewegen könnt. Könnt ihr hier spreizen über diese verschraubten Gelenke. Das ist ziemlich cool. Das ist keine Kugelgelenke oder so ein Schmuck. Und dann habt ihr hier ein Gelenk, zwei Gelenk für die Finger, sodass hier eigentlich alles machbar ist, was man will. Die Gelenke sind schön fest. Sie sind nicht zu fest, dass man da rumreißen muss. Sie sind aber auch nicht so locker, dass sie rumschlabbern. Die Hand ist wirklich cool geworden. Und dann gucken wir uns noch die Details am Arm an und dann haben wir, glaube ich, auch alles durch. Ihr habt am Arm, wie schon erwähnt, ein doppeltes Gelenk. Wenn ihr hier hinten das Gelenk bedient, also das ist hier dieser Teil, da passiert nicht wirklich viel optisch. Wenn ihr aber hier vorne den Arm anwinkelt, bekommt ihr hier nochmal, schiebt sich das so auf. Und ihr bekommt hier nochmal wunderschöne lilanen Details drunter reingegossen. Also da hat man wirklich viel Liebe reingesteckt. Das ist sehr, sehr schön. Fazit. Was für ein Mammutprojekt. Nicht nur das Review an sich, sondern die ganze Figur. Also was hier an technischem Verständnis drin steckt und an Ingenieurskunst, ist schon wirklich schwerst beeindruckend. Das Ding ist riesig, das Ding ist schwer. Das Ding sieht top aus. Nicht nur gemessen an der Vorlage auch so. Gerade im Combiner-Modus hat man mit Grün, Lila, Silber, Schwarz und den vielen Farbakzenten so viele Punkte, an denen man sich festhalten kann. Und dass es wirklich eine Augenweide ist. Eine absolute Augenweide und natürlich nicht zuletzt durch seine schiere Größe. Mega beeindruckend. Er ist ein bisschen herausfordernd, wenn es ums Posieren geht, weil es doch viele Punkte gibt, an denen man oder die man gegeneinander ausrichten muss, damit er die perfekte Stabilität bekommt. Aber man kriegt die am Ende immer hin. Und das ist das, was ich so faszinierend daran finde. Ich kann nicht schätzen, wie viel er wiegt. Ich habe ihn nicht gewogen. Ich habe auch keine Lust, ihn jetzt zu wiegen, bin ich ganz ehrlich. Aber mit ihm zu hantieren, ihn auszurichten und ihn die ganze Zeit mit einer Hand zu halten, während man mit der anderen die Gelenke bewegt, das ist schwer. Ja, weil er einfach wiegt ohne Ende und trotzdem hat Toy World es geschafft, dass er euch nicht in der Vitrine zusammenklappt und ihr wirklich als beeindruckende Erscheinung in eurer Masterpiece-Sammlung alles überschattet, was ihr bis dato hattet. Also, wenn ich Kritikpunkte überhaupt habe, dann die etwas schmale Hüfte, die etwas herausfordernden Kniegelenke, die da mit ihren Doppelratschen und so weiter gegeneinander ein bisschen schwer zu benutzen sind. Und dann ist es das gewesen. Vielleicht noch, dass man den Kopf nicht, also den Ersatzkopf nicht so weit runter bekommt, wie ich das gerne hätte. Alles andere ist einfach nur gut. Gut, und das Set ist nicht billig, gar keine Frage. Und ich habe deutlich zu viel dafür bezahlt, weil ich die Figuren quasi Stück für Stück mehr einzeln zusammengekauft habe, was keine gute Idee ist. Also, wenn ihr Constructor im Blick habt, holt euch ein fertiges Set, kommt er deutlich günstiger mit weg. Und selbst bei meinem zu teuren Preis bin ich immer noch der Meinung, er ist jeden Eurocent wert. Soweit meine Videoreview zu Toy World's Constructor. Wenn ihr die anderen Teile der Serie zu den einzelnen Figuren nicht gesehen habt, dann habe ich euch die Playlist dazu hier entsprechend nochmal in die Beschreibung gepackt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.